Das administrative nächste Woche ist die Klausur, auf die Sie sich schon freuen. Wir werden noch eine alte Klausur, uralte Klausur ins Netz stellen, dass Sie sehen, was da ist. Es wird 60 Minuten sein und Sie bekommen vier, fünf Fragen aus der Vorlesung. Mitzunehmen haben Sie gute Laune und was zu schreiben, aber keine sonstigen Hilfsmittel, es sei denn, Sie haben irgendwelche Sondergenehmungen, also Brillen dürfen Sie mitnehmen, aber keine Computer, keine Manuskripte, sonst irgendwas benutzen. Was haben wir noch, was wir wissen müssten? Papierbohren und Knüssen, der ist jetzt gewohnt, ist es ein Scherz, ein Scherz, ein Scherz. Ja, das war jetzt ein Scherz, also Sie haben ja 60 Minuten Zeit. Und die Fragen einfach aus der Vorlesung. Wenn Sie die Vorlesung, wenn Sie das angeschaut haben, dann können Sie die Fragen beantworten. Und der Vorlesungsstoff bis inklusive heutige Vorlesung. Ja, und heute kommen lauter neue Sachen. Tja, sehen Sie, ein bisschen Leistungsanforderung brauchen wir. Alles? Gut, haben Sie Fragen noch, insbesondere solange die Tutorin, die sich natürlich viel besser auskennt, als ich, noch da ist. Nein? Okay. Dankeschön. Gut, danke, werden wir haben. Also, ich habe die Vorlesung etwas geändert, relativ zu dem Ausdruck, den Sie auf dem Internet haben, runterladen können. Und die folgenden Folien sind also, die modifizieren die alten Folien. Und hier, damit es dann ganz klar ist, damit ich Sie auch sehen, dass ich nicht für Idioten halte. Ich habe das nur nochmal klar gesagt, was hier zu ersetzen ist. Das sollte also technisch für Sie möglich sein. Und das gibt jetzt eben einen Einschub Sprachphilosophie. Wir hatten ja beim letzten Mal uns mit den Begriffen aus der Erkenntnistheorie beschäftigt, wo auch bereits etwas gekommen ist, was auch sprachphilosophische Bedeutung hat, nämlich diese analytische versus synthetische Unterscheidung. Und in gewisser Weise werden wir auf die nochmal ein Stück zurückkommen. Jetzt in einem neuen Abschnitt Sprachphilosophie. Sprachphilosophie, das ist also der Plan, das heute zu machen und dann beim nächsten Mal, also in zwei Wochen in der Vorlesung, dann die Wissenschaftsphilosophie zu behandeln. So, die erste Umschreibung, was Sprachphilosophie ist, sie beschäftigt sich mit Fragen wie zum Beispiel, was ist die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke? Also sprachliche Ausdrücke haben irgendwie eine Bedeutung, so reden wir im Alltag. Und die Frage ist, was ist das eigentlich eine Bedeutung? Und eine weitere Frage, die damit zusammenhängt, vielleicht davon abhängig ist, wie bestimmt man eigentlich die Bedeutung? Also das ist etwas, worauf ich heute zu sprechen komme, nämlich dann genauer bei den Fragen, wenn man Begriffe hat, wie man deren Bedeutung bestimmt, was man da eigentlich tun kann. Also das ist so eine Frage, was ist die Bedeutung, wie wird sie bestimmt? Dann eine Frage, die natürlich von der Beantwortung der ersten Frage nicht ganz unabhängig ist, was heißt es, sprachliche Ausdrücke zu verstehen und verwenden zu können? Also was passiert da eigentlich alles? Das hat natürlich sehr viele Aspekte, aber es hat eben auch philosophische Aspekte. Also hier eine genauere Unterscheidung jetzt zu machen zwischen sprachwissenschaftlichen und philosophischen, würde den Zeitrahmen bei weitem sprengen. Ich nenne es nur, die Sprachphilosophie, das hat es am Anfang schon genannt, natürlich zum Teil in Konkurrenz mit Sprachwissenschaften. Da gibt es also verschiedene Dinge, die man dazu sagen könnte. Dann eine Frage, die Sie vielleicht schon auch in der Gymnasialzeit schon beschäftigt hat. Was ist das Verhältnis von Sprache und Denken? Ist das Denken etwas, was unabhängig ist von Sprache? Wenn nein, in welcher Weise ist es davon abhängig? Wie geht das? Und natürlich auch, was ist das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit? Und auch dort haben wir Probleme, die dann in die Erkenntnistheorie zum Teil reinreichen, möglicherweise auch in die Metaphysik. Also die Sprachphilosophie ist ein Gebiet, das sich mit verschiedenen anderen Disziplinen, Teildisziplinen der theoretischen Philosophie durchaus überlappt und natürlich alles kontrovers diskutiert wird. Das sind verschiedene Fragen. Ich möchte jetzt einige Bemerkungen machen zum Historischen, zum Sprachphilosophie. Das wird sehr, sehr knapp sein. Ich möchte Sie vor allen Dingen dort auf eine Sache hinweisen. Es hat in der Sprachphilosophie ebenso wie in der Logik einen wesentlichen Schnitt gegeben und der ist durch die gleiche Person und nicht zufälligerweise durch die gleiche Person initiiert worden, durch Gottlob Frege, diesen Mathematiker, Logiker und man kann eben auch sagen, Sprachphilosophen 1848 bis 1925. Es gibt also eine Sprachphilosophie sozusagen Vorfräge und eine Sprachphilosophie Nachfräge. Die ältere Sprachphilosophie Vorfräge ist heute in vielen Teilen der Philosophie nicht mehr wirklich beachtet, sondern viel stärker ist der Akzent auf der sogenannten modernen Sprachphilosophie Mit- und Nachfräge. Das ist das, was die analytische Sprachphilosophie ausmacht. Die orientieren sich, Sie erinnern sich, die analytische Philosophie ausgehend von dieser Revolution in der Logik, die dann die Logik als philosophisches Hauptinstrument benutzt, aber als Hauptinstrument neben anderen Instrumenten und die Sprachphilosophie, die sich eben nachfräge, dann logisch der Sprache zuwendet. Und es ist sehr wichtig, dass heutzutage viele Philosophen der analytischen Richtung die frühere Sprachphilosophie überhaupt nicht mehr sehen. Also das ist für viele dieser Philosophen die einzige Sprachphilosophie diejenige Nachfräge in ähnlicher Weise wie für viele analytische Philosophen die Logik nur noch moderne Logik ist und die klassische Logik ist nur noch ein altes historisches Gerümpel. Das können Sie sehen, etwa an einem Buch über Sprachphilosophie, Albert Neven und Markus Schrenk, 2008 erschienen, Einführung in die Sprachphilosophie. Da erfahren Sie von der alten, von der Vorläufer Sprachphilosophie, also im 18-19-Jahrhundert, überhaupt nichts. Wenn Sie dazu ein Gegengift haben wollen, ein Artikel aus einer Enzyklopädie, Artikel Sprachphilosophie, erschienen in der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, herausgegeben von Mittelstraßen. Also ich kann auf die ältere Sprachphilosophie jetzt nicht eingehen, ich mache Sie nur darauf aufmerksam, auch dort gibt es interessante Dinge, die sind jetzt überschattet, kann man sagen, durch die moderne analytische Sprachphilosophie, wie man sich dort dazu einstellt, ist natürlich wieder kontrovers, manche sagen, das ist richtig, andere sagen, das ist falsch, die übliche Sache eben. Ich werde jetzt aufgrund der geringen Zeit, die ich mir hier nur eingeräumt habe, nur zwei Teilfragen exemplarisch behandeln. Das sind also nur zwei kleine Teilfragen, ich gehe auch weg von der Gliederung, von der üblichen Gliederung, damit Begriffen und sowas, dafür habe ich einfach keine Zeit, sondern ich möchte mich einfach mit zwei Teilfragen beschäftigen, die Sie vielleicht interessieren könnten. und das eine ist die Frage der Abhängigkeit des Denkens von der konkreten Sprache. Also konkrete Sprache meine ich jetzt sowas wie Englisch, Deutsch oder ähnliche Dinge und auch das möchte ich mit einem winzigen Ausschnitt nur erläutern, dass man da ein Gefühl dafür bekommt, wie das zumindest hier in einem Teilbereich sein könnte und das zweite ist, wie bestimmt man Begriffe. Auch darüber waren wir schon manchmal gestolpert, ich habe irgendwelche Bemerkungen gemacht und das möchte ich jetzt in einen größeren Kontext stellen und etwas mehr dazu erzählen. Also, es gibt die These, die insbesondere in der Linguistik, aber auch in der Philosophie, aber stärker in der Linguistik bekannt geworden ist durch Linguisten, das ist die Sprachabhängigkeit des Denkens. Das gesagt, behauptet worden ist, so wie wir denken, oder wie wir denken, das hängt ab davon, welche Sprache wir sprechen. Also, dass Leute, die in verschiedenen Sprachen aufwachsen, dann auch unterschiedlich denken. Das ist die Behauptung, die es da gibt. Und die Behauptung werde ich hier nicht in aller Breite behandeln, sondern ich werde nur bei einem wirklich winzigen Teil Ihnen zeigen, wo tatsächlich, ohne dass ich das verallgemeinern möchte, wo tatsächlich die Sprache, die man spricht, auf die Philosophie direkt einen Einfluss hat, nämlich einen Einfluss darauf hat, wie sie bestimmte philosophische Fragen überhaupt konzeptualisieren und dann artikulieren. Und ich beginne ganz harmlos, dass Sie drei Sätze einfach anschauen sollen. Der erste Satz, ich weiß, dass Paris in Frankreich liegt. Der zweite, ich kenne Peter. Und der dritte, ich kann Fahrrad fahren. Wenn Sie danach fragen, was könnte interessant sein an dem Zusammenhang dieser Sätze, ein interessanter Bezug zwischen diesen Sätzen ist, dann kann man sagen, da besteht eigentlich kein offensichtliches philosophisches Problem. Also allenfalls, dass das ein Ich ist, dass da irgendeiner Ich, der weiß dann was, der kann was, der kennt jemanden und der kann was. Also irgendwie hat dieses Ich drei verschiedene Kompetenzen, Wissen, Kennen und Können. Und da kann man sich fragen, wie kann das Ich sowas. Also Sie können bezüglich dieses Ich so ein bisschen sich fragen. Und das wäre das, was, wenn man als Philosoph jetzt diese drei Sätze anschaut, einem vielleicht in den Sinn kommt. So. Und wenn Sie das Ganze jetzt aber auf Englisch machen, genau das Gleiche, dann sieht die Situation eben anders aus. Denn dann heißt es, I know that Paris is in France, I know Peter and I know how to ride a bicycle. Und dort sehen Sie, wo im Deutschen drei verschiedene Wörter, Kennen, Können und Wissen vorkommen, kommt hier immer dasselbe Wort vor. No, no, no. Und da ist natürlich die Frage, dass Sie in diesem Fall nicht nur einen Zusammenhang zwischen den Sätzen bezüglich dieses Ich, also dieses Subjekts, was da irgendwas kann oder weiß im Deutschen, sondern dass es hier natürlich was gibt, dass es so aussieht, als sei das ein und dieselbe Sache, nämlich ein Knowing. Und da gibt es eben ein Knowing that, ein Knowing X, also diesen Peter hier, und ein Knowing how, aber es ist alles ein Knowing, einfach dann mit anderen Präpositionen. Und Sie sehen das natürlich, wenn man jetzt diese Sätze anschaut und sich fragt, ja, das ist ja interessant, dieses To Know oder Knowledge. Das ist ja eine interessante Sache, die sich offensichtlich hier in sehr verschiedenen Ausprägungen zeigt. Das ist das Naheliegende von der Sprache. Und diese Vorstellung oder diese Suggestion, die bekommen Sie im Deutschen nicht, weil Sie im Deutschen einfach drei verschiedene Verben haben, die drei verschiedenen Verben, drei verschiedene Arten der Tätigkeiten oder Kompetenzen suggerieren, während Sie hier sozusagen auf die Schiene gestellt werden, zu sagen, ja, was ist denn jetzt sowas wie, ich weiß nicht, die Einheit des Knowing oder was auch immer. Also Sie sehen, das ist sozusagen nicht entscheidend und kategorisch verschieden, aber es ist einfach naheliegend, andere Fragen zu stellen, dann auf Englisch, als man sie auf Deutsch stellen würde. Eben hier die Frage nach der Einheit der Beispiele, deswegen, weil es eben ein einheitliches Ich mit einem einheitlichen oder anscheinend irgendwie einheitlichen To Know ist. Das hat jetzt natürlich die Konsequenz, die wir normalerweise nicht sehen, dass Sie To Know und Knowledge nicht einfach als Wissen, als Verbum Wissen und als das Wissen übersetzen können. Das sind einfach andere Konzepte dahinter. Sie können nicht automatisch, wenn Sie Text vor sich haben, dann steht da irgendwas mit Knowledge, oder Know, können Sie nicht sagen, aha, das übersetze ich einfach mit Wissen, sondern das müssen Sie je nach Kontext übersetzen. Und es gibt einfach diese Art der Einheit des Terminus, To Know, diese Art, die gleiche Art der Einheit des Terminus gibt es im Deutschen nicht. Das sind im Deutschen sozusagen markiert drei verschiedene Kompetenzen. Wie jetzt ein englischsprachiger Sprecher, eine Sprecherin darüber nachdenkt, wenn du sagst, ja, aber es gibt doch Knowing That und Knowing How und Knowing X, dann sagt, ja, ja, da gibt es natürlich Unterschiede, das sieht natürlich auch ein englischsprachiger Sprecher, aber ob die Unterschiede dann sozusagen die gleichen sind, wie sie für einen deutschen Sprecher, deutsche Sprecherin sich darbieten, das ist noch eine offene Frage. So, und da kann ich noch etwas weiter gehen, dass nämlich die Deutschen, die erkenntnisbetreffende Begriffe, wie zum Beispiel Wissen, Kenntnis, Erkenntnis, Glauben, also nicht im Sinne des religiösen Glaubens, sondern etwas Glauben, Überzeugung und so weiter, die lassen sich einfach nicht eins zu eins in englische Begriffe übersetzen. Sie finden keine direkt korrespondierenden Begriffe. Das ist so, da müssen Sie sehr aufpassen. Also, wenn Sie jetzt da ähnliche Begriffe nehmen, Knowledge haben wir schon, Knowledge ist einfach nicht Wissen, Erkenntnis, die Kenntnis von etwas könnte sein, Familiarity oder so irgendwas, dann Erkenntnis, würde man am ehesten mit Cognition übersetzen, aber auch das ist fragwürdig, ob das stimmt. Bei Glauben kriegt man sowieso Ärger, weil es da zwei englische Wörter gibt, Believe and Faith, und Faith hat die viel stärker religiöse Konnotation, man kann aber auch über Religious Belief reden, also es gibt dort auch was. Also, aber da gibt es so eine feine Differenzierung, es gibt sicher Fälle, wo Sie Faith nicht sagen können, im Deutschen gibt es diese Differenzierung in dem Glaubenswort nicht, in dem Wort Glauben nicht, auf Englisch können Sie da andere Akzente setzen. Dann Familiarity würde man vermutlich im Englischen sagen, das hat gar nichts mit Kognition zu tun, also mit Cognition, Familiarity ist was ganz anderes, aber Familiarity brauchen wir, wenn wir dies mit dem Kennen, also I know Peter, dann würden wir sagen, someone is familiar with, kann man schlecht sagen, also he knows Peter, wir würden das übersetzen eben, er kennt Peter, und bei Kennen kann man sagen, ja irgendwie, also sich gewöhnt haben, also ich habe ein Fragezeichen dazugesetzt, dasselbe ist dann im Deutschen, wird eben viel übersetzt, wenn man im Englischen dann sagt Believe, dann wird es im Deutschen übersetzt als Überzeugung. Jetzt Überzeugung ist auch ein etwas schillerndes Wort, Persuasion, das ist weniger, also ist auch ein kognitiver Zustand irgendeiner Art, trifft aber weniger, das wie man im Deutschen von Überzeugungen redet, wo man nämlich Aussagen meint, also ganz spezifische Aussagen, das würde man im Englischen eventuell nicht auf diese Weise dann Persuasion nennen, sondern Persuasion, also was immer es genau ist, worauf es ankommt, Sie können das kognitive Vokabular des Deutschen nicht eins zu eins ins Englische übersetzen. Und das bedeutet, Sie müssen insbesondere bei englischsprachigen Büchern, Erkenntnistheoriebüchern, die Sie lesen, auf Deutsch müssen Sie sehr vorsichtig sein, da sind nämlich dann manchmal Übergänge und Argumente drin, die man unplausibel findet und das liegt dann daran, weil man es auf Deutsch liest, sobald Sie sie auf Englisch lesen, können die sehr plausibel sein. Also das geht schon los mit dem Disziplinennamen. Also im Englisch wird das genannt Epistemology und das wird typischerweise gesagt, das ist a theory of knowledge. Jetzt sehen Sie schon, das Wort knowledge kommt hier wieder vor. Und das Wort knowledge ist einfach nicht das deutsche Wort Wissen, sondern da stecken eben andere Sachen noch drin. Sie würden bei einem englischen Buch über Epistemology natürlicherweise mit dem Begriff knowledge anfangen, also theory of knowledge, und dann weiterfahren, also solche Bücher gibt es, die beginnen dann, knowledge is justified true belief, das ist diese sogenannte Definition, Wissensdefinition oder Wissensbestimmung, die eben irgendwie auf Platon zurückgeht und dann kann man anfangen diskutieren, was ist justified, was ist true, also was ist belief, was ist justified und was ist true. und das geht im Englischen sozusagen ganz locker, wenn Sie damit anfangen. Während Sie im Deutschen, wenn Sie von Erkenntnistheorie anfangen, im Buch, neuerdings werden die auch Epistemologie genannt, das ist ein Prozess, den man in vielen Bereichen sieht, dass dann die englischen Wörter verdeutscht werden und man dann die englischen Wörter eine Zeit lang neben den, also die ursprünglich englischen, ganz ursprünglich natürlich griechischen in dem Fall, aber die kommen dann wieder zurück und werden wieder eingedeutscht. Also heute redet man dann von Epistemologie und eigentlich gibt es das deutsche Wort Erkenntnistheorie, ist einfach über das Englische zurückgekommen und dann ins Deutsche. Aber im Deutschen würde man natürlich, wenn Sie ein Buch haben, einfügen in die Erkenntnistheorie, würden Sie erwarten, dass das eigentlich dann beginnt mit, ja was ist Erkenntnis. Damit sollte man, wenn es ein Buch über Erkenntnistheorie ist, sollte man damit anfangen. Ja, Erkenntnis ist aber verschieden, sowohl von Wissen als auch von Knowledge. Also Sie können das deutsche, also die englische Fassung, also Introduction to Epistemology oder Theory of Knowledge, das ist wieder was anderes, das ist weder Wissen noch ist es Erkenntnis und zwar liegt das daran, dass das Wort Erkenntnis so einen Vollzugsaspekt hat. Das sehen Sie am besten am Werbung. Das Erkennen, das ist der Prozess des Erkenntnisgewinnens, während das Wort Wissen und Knowledge keinen Vollzugsaspekt haben, sondern eher das Resultate von Erkenntnisakten beziehungsweise im Englischen dann natürlich auch noch von Lernakten, also wenn Sie Fahrrad fahren können, das sehen Sie am Verbum Wissen wieder sehr klar. Das Wissen ist ein Zustand, in dem Sie sind. Da wissen Sie irgendwas. Während das Erkennen beschreibt einen Prozess. Und Sie haben also in dem deutschen Wort Erkennen, haben Sie diesen Vollzugs- oder Prozessaspekt mit drin, der dem Wort Wissen fehlt, sodass Sie schon, wenn Sie Erkenntnistheorie sagen, eigentlich was anderes eben meinen als eine Theorie des Wissens. Also weil bei der Erkenntnistheorie eigentlich der Vollzugsaspekt drin sind. Es würde also, eine Erkenntnistheorie würde vom Wort her eher den Vollzugsaspekt der Erkenntnisgewinnung thematisieren. Tatsächlich tut sie das nicht. Ich habe es in der Vorlesung auch nicht gemacht, wie ich die Einführung in die Erkenntnistheorie gemacht habe. Das finden Sie auch in den Büchern typischerweise nicht. Denn überwiegend ist in der Disziplin, von der man jetzt sagen muss, sie ist eigentlich nicht ganz glücklich benannt als Erkenntnistheorie, ist eben überwiegend die Rechtfertigung von Wissensansprüchen und nicht eine Thematisierung des Erkenntnisprozesses. Aber Erkenntnis ist eben auch, wie im Deutschen viele Wörter, als Substantiv doppelsinnig. Das kann den Prozess bedeuten, wie auch das Resultat. Das gibt es im Deutschen viel. Das ist grauenhaft, wenn man es sozusagen von der Philosophie her ansieht, weil Sie immer fragen können, jetzt bei Erkenntnis, meinst du den Erkenntnisprozess oder meinst du das, was das Resultat des Prozesses ist, nämlich Erkenntnis im Sinne von Wissen, von einem Wissensstand. Also, das ist im Deutschen, sind die Sachen relativ unklar, sie sind im Englischen auch nicht klarer und vor allen Dingen gibt es keine Eins-zu-eins-Abbildung, sondern Sie müssen einfach deswegen, schon bei Sprachen, die so nah sind wie das Deutsche und Englische, müssen Sie berücksichtigen, dass diese Wörter jetzt bezogen auf dieses kognitive Vokabular wirklich unterschiedlich funktionieren. Das Französische ist nochmal anders, bei den anderen Sprachen habe ich es mir nie genau angesehen. Es ist zu vermuten, dass es dort auch anders ist, also schon auch wie das Wort Science zum Beispiel oder Science oder Wissenschaft funktionieren, sind auch in den drei Sprachen unterschiedlich. Also, man muss sehr vorsichtig sein und es gibt dort klarerweise, was diese Terminologien anlangt, eine Sprachabhängigkeit, zunächst mal der Begriffe, die verwendet werden und zumindest so, als Wirkung auf die Philosophie, dass bestimmte Fragen zumindest in der einen Sprache näher liegen, plausibler sind, sich eher aufdrängen, als in einer anderen Sprache. Und Sie können das sehen, solche Arten von sich aufdrängen und näher liegen, die spielen für die Architektur von Büchern und Aufsätzen eine Rolle, wie Sie nämlich weiterfahren, von einem Absatz zum nächsten, also als Autor oder Autorin. Und da machen Sie natürlich was, was irgendwie sozusagen, nicht so, dass Ihre Leser dann sagen, ja was macht er denn jetzt, wovon redet er denn jetzt plötzlich, sondern das muss irgendwie sozusagen fließen, rüberfließen. Und das fließt auf Deutsch einfach anders als auf Englisch. Einfach, weil die verschiedenen Begriffe andere sozusagen semantische Höfe oder semantische Felder abdecken und von dort her Plausibilitäten, wie man weiterfährt. Und dort kriegen Sie zumindest eine schwache Sprachabhängigkeit, die aber beim Verfassen und Lesen von Aufsätzen und Büchern in verschiedenen Sprachen durchaus relevant sein kann. Also ich bin hier nicht besonders in die Tiefe gegangen, sondern nur, ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Sie also in diesem Bereich jetzt schon Erkenntnistheorie mit den sprachlichen Dingen aufpassen müssen, was die Originalsprache ist, in denen was formuliert worden ist. So, haben Sie dazu Fragen? Sie sind erschlagen, weil Sie das erst zwölf Stunden lang lesen konnten. Gut, dann machen wir lieber weiter. Und Sie erholen sich. Die nächste Frage ist jetzt, die ich behandeln möchte, wie bestimmt man Begriffe? Und ich werde Ihnen hier sechs verschiedene Weisen, wie man Begriffe bestimmt oder wie man mit der Frage, wie man Begriffe bestimmen kann, umgeht, vorführen. Ich hatte das schon mal zwischendurch bemerkt, mache ich es immer wieder in Lehrveranstaltungen, dass Definitionen, was sozusagen die Standardantwort ist, tief in unsere Kultur, in die Wissenschaftskultur, überall eingelassen, dass das die Standardantwort ist, dass das aber eine Antwort ist, die zumindest einige Konkurrenten noch neben sich hat. Und auf die möchte ich eingehen und auf die Schwierigkeiten, die solche Definitionen und ähnliche Dinge zu tun haben. Also es wird um Definitionen gehen, Definitionsverweigerung, eine Zwei-Stufen-Konzeption, Familienähnlichkeiten, Paradigment-Theorie und Prototypen-Theorie. Und all das werde ich Ihnen jetzt versuchen zu erklären. Also, diese weit herum angenommene Wichtigkeit von Definitionen, dass sie das eigentliche Mittel und von den meisten eigentlich das einzige Mittel der Begriffsbestimmung sind, das geht auf den platonischen Sokrates zurück. Also, platonischer Sokrates wird, nenne ich den hier, weil es derjenige Sokrates ist, wie er sich in den Schriften von Platon findet. Sokrates hat selber anscheinend nichts geschrieben, es ist nichts überliefert und es gibt verschiedene Quellen, die sich auf Sokrates beziehen, die weitaus wichtigste ist Platon und der Platon stellt seinen Lehrer Sokrates auf eine bestimmte Weise dar und dort, das kann man sozusagen so grob zusammenfassen, diese Lehre sagt dann, wer einen Begriff intellektuell verantwortlich verwenden will, sollte in der Lage sein, seine Definition anzugehen. Also, das ist so die Vorstellung, die wir auch im Alltag eben haben, das ist wirklich griechisches Erbe und das fließt in die Wissenschaften rein und man hat das Gefühl, ja, das ist ja klar, was soll es denn sonst sein? So, und da möchte ich jetzt etwas Verunsicherung hereinbringen. Zunächst mal möchte ich nur die Feststellung treffen, dass wer so eine These vertritt, dass man in der Lage sein sollte, wenn man einen Begriff wirklich intellektuell verantwortlich verwenden kann, dass man da eine Definition angeben kann, dass das eine Voraussetzung macht und zwar eine Voraussetzung, die einem zunächst gar nicht bewusst wird, aber die ich Ihnen jetzt bewusst mache, das setzt nämlich voraus, dass Bedeutungen von Begriffen etwas sind, das mittels Definitionen explizit gemacht werden kann. Die machen eine Voraussetzung, die sagen, aha, die Bedeutung eines Begriffes ist etwas, was in der Lage ist, in eine Definition gegossen werden zu können. Und das ist eine These, die Sie da haben und diese These kann auch falsch sein. Die muss man einfach anschauen, ob sie wahr oder falsch ist. Das ist eine stillschweigende These, an die wir uns einfach gewöhnt haben, dass gesagt wird, ja, wenn du den Begriff verwenden willst, müssen wir halt eine Definition haben. Also, Sie finden das viel in interdisziplinären Dialogen, dann treffen sich, ich weiß nicht, Physiker und Soziologen oder Biologen und Psychologen und dann merken die, wir verstehen gar nicht, was die anderen reden. Ja, wir müssen jetzt erstmal eine gemeinsame Sprache finden, wir müssen jetzt unsere Begriffe definieren. Und das wird gesagt und das scheint sehr vernünftig. Das scheint deswegen vernünftig, weil Sie sich einfach an diese These gewöhnt haben. Sie haben die These niemals überprüft, ob es wirklich so ist, dass man Begriffe, dass Begriffe, also die Bedeutung von Begriffen eine Sache sind, eine Art von Gegenstand sind, was immer das dann ist, das in der Lage ist, durch eine Definition expliziert zu werden. Das ist eine Voraussetzung, die Sie machen und die glauben wir einfach, die wird auch nie überprüft, sondern die glauben wir einfach und dann wird nachgeplappert, ja, wenn wir uns jetzt nicht verstehen, du musst einfach deine Begriffe definieren. Und dann sagen Sie, ja, warum? Ja, du kannst schon bei Platon nachlesen. Ja, das macht es natürlich nicht besser, dass es bei Platon steht, das macht es auch nicht schlechter, aber es steht halt nur bei Platon, das ist natürlich kein Argument. So, also, das ist das, worum es jetzt geht. Es gibt jetzt eine weit entwickelte Definitionslehre, die viele verschiedene Arten von Definitionen unterscheidet, da kann man also auch ein ganzes Semester damit zubringen, das werde ich nicht tun. Ich möchte Sie nur als erstes auf zwei Arten von Definitionen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Arten von Definitionen aufmerksam machen. Das ist ein klassischer Bestand der Definitionslehre, also das finden Sie sehr weit zurück. Das haben Leute, also sehr klar gesehen, dass es diese zwei Arten gibt, die sollte man auch im Alltag wenn man weiter sich auf diesem Definitionspfad weiterbewegen möchte, auch im Kopf haben. Die eine Definition, sozusagen der genaueste Name, stipulative Definition, auch im Englischen wird es verwendet, stipulative, und ich sage Ihnen gleich, was es ist, eine stipulative oder synthetische Definition, wird sie auch genannt, ist die Schaffung eines neuen Begriffes. Sie kreieren einen neuen Begriff in einer Definition. Und Sie kreieren den, indem Sie irgendwelche anderen Begriffe zusammensetzen und dadurch einen neuen Begriff einführen. Also zum Beispiel, das finden Sie vor allen Dingen in der Mathematik, aber nicht nur dort, jemand führt in der Mathematik ein neues mathematisches Objekt ein. Der überlegt sich ein neues mathematisches Objekt und nennt es eine abelsche Gruppe. Und dann schreibt er hin, die Definition der abelschen Gruppe, dann kommen die fünf Merkmale von abelschen Gruppen und dann haben Sie ein neues Wort eingeführt mit einer Definition. So werden in der Mathematik praktisch alle, also alle neuen Begriffe eingeführt. Sie müssen immer irgendwelche verwenden schon, das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber alle neuen Begriffe müssen Sie explizit definieren, mittels Begriffen, die Sie davor verstanden haben. Was immer das auch heißen soll. Also entweder sind die auch definiert oder Sie verwenden sie halt. Also, das ist ein konstruktiver Akt und man muss feststellen, dass solche Definitionen willkürliche Konventionen sind. Also willkürliche Konventionen ist eigentlich fast schon ein weißer Schimmel. Also eine Konvention, eine Übereinkunft, ich betone es nur, die willkürlich ist, wo Sie einfach sagen, ich entschließe mich, das so und so zu benennen. Das sind Festsetzungen und die typischerweise nur eine Abkürzungsfunktion haben. Also nur, also die haben jedenfalls eine Abkürzungsfunktion, Sie könnten eben statt abelscher Gruppe könnten Sie immer sagen, dann alle fünf Aktionen hinschreiben oder aussprechen, das ist einfach zu langsam, das ist eine abelsche Gruppe oder irgendwelche anderen Begriffe, die Sie in der Mathematik definieren. Das sind im Wesentlichen Abkürzungen von längeren Ausdrücken. Und die können Sie relativ willkürlich wählen. Deswegen kann man sagen, dass stipulative Definitionen weder wahr noch falsch sind. Können Sie sagen, das ist falsch definiert. Also wenn der Begriff wirklich neu gemacht wird. Sondern die sind zweckmäßig oder unzweckmäßig. Also wenn Sie eben viel mit abelschen Gruppen operieren, dann lohnt es sich, diesen Begriff dann zu fixieren. Das ist also die abelsche Gruppe. Und dann ist es zweckmäßig, diesen kurzen Ausdruck zu haben. Wenn Sie aber wissen, ah, das ist eine spezielle Gruppe, eben eine abelsche, die hat aber nur die Eigenschaften. Und das kann eine zweckmäßige Abkürzung sein, damit Sie Ihren mathematischen Diskurs führen können. Das Faktum ist das, dass wir in den meisten Fällen, wenn es um Definitionen geht, in den meisten praktischen Fällen, insbesondere außerhalb der Mathematik, nicht an stipulativen Definitionen von neuen Begriffen, sind wir nicht an stipulativen Definitionen, müsste hier natürlich stehen, von neuen Begriffen, sondern irgendwie an klärenden Definitionen für in Gebrauch befindlichen Begriffen interessiert sind. Wenn immer dieser Ruf kommt dann, ja, wir haben jetzt einen Dialog, ich verstehe diesen blöden Biologen nicht, was sagt denn der? Ja, definieren Sie doch mal, Herr Kollege, bitte, was meinen Sie denn mit Evolution? Ja, und dann hat der einen Evolutionsbegriff und dann wird gesagt, ja, den verstehe ich nicht und erklären Sie den mal. Also, das ist das, wo die Definitionsfrage in den meisten Fällen aufkommt. Wie gesagt, Mathematik, Logik sind andere Situationen. Da wollen wir irgendwas anderes, da wollen wir, sagen wir, sind wir unsicher, wissen wir, ja, der Begriff ist doch gar nicht klar, gib doch mal eine Definition. Ja, also der Mittel gegen Unklarheit ist Definition, wird dann gedacht. Und das ist, was man nennen kann, die analytische Definition, die dort eine Rolle spielt und die kann man etwas genauer noch umschreiben, die analytische oder beschreibende oder lexikalische Definition. Das ist das, was Sie suchen, wenn Sie im Lexikon nachschauen, die irgendwie den Begriffsinhalt, die Begriffsbedeutung in irgendeiner Weise beschreibt. Das ist die Analyse eines in Gebrauch befindlichen Begriffes. Also Sie streiten mit jemandem, irgendjemand aus Nordkorea, den Sie zufälligerweise kennenlernen bei den Olympischen Spielen und Sie streiten darum, ob Nordkorea jetzt eine Demokratie ist oder nicht und dann sagt der Nordkoreaner, selbstverständlich sind wir eine Demokratie unter einem weisen Führer und dann sagen Sie, nein, das ist keine Demokratie und dann sagt er, dann definieren wir doch mal, was Demokratie ist. Ja, die haben doch auch die Merkel, oder? und dann können Sie also mit dem streiten und dann können Sie darum streiten, was jetzt da Demokratie ist und was nicht und dann hofft man, dass eine Definition also diesem Streit dann ein Ende setzen würde. Klammer auf, empirischer Befund findet die statt, die können auch mit Definition streiten, die Definition. Aber das ist eine andere Sache, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also, und was man will, und das ist jetzt Teil der Definitionslehre, also wenn man wirklich im Vollsinn jetzt eine solche analytische Definition haben möchte, dann wollen Sie einzelne Merkmale des Begriffes haben und zwar folgen und das ist jetzt sehr wichtig, die einzeln notwendig sind und notwendig bedeutet, dass jeder Gegenstand, der unter den Begriff fällt, auch dieses Merkmal wirklich hat. Also notwendigerweise kommt allen Gegenständen, die unter den Begriff fallen, die Merkmale zu und miteinander ist der Satz von Merkmalen hinreichend dafür, dass das Objekt unter den Begriff fällt. Also einzeln sind die Merkmale notwendig, Sie müssen jedes einzelne Objekt, das unter den Begriff haben, muss das Merkmal haben und miteinander sind sie hinreichend. Also, wenn Sie zum Beispiel sagen, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Tier, so on, das ist die Übersetzung, es wird dann immer abgeschwächt, der Mensch ist ein Lebewesen, nein, der Mensch ist griechisch ein Tier, ein Zorn, also ein Tier, dann reicht das natürlich nicht, denn es gibt ja auch noch Amöben zum Beispiel, ja gut, Amöben doch, die sind auch Tiere, nehmen wir Falten zum Beispiel, die sind auch Tiere, also es ist notwendig, dass Menschen Tier sind, aber es ist nicht hinreichend, wenn Sie nur sagen, der Mensch ist ein Tier, Tier sein ist nicht hinreichend, aber wenn Sie mehr sagen, wird es dann vielleicht hinreichend. Ach so, hier habe ich natürlich wieder den unvermeidlichen Junggesellen, das liegt eben daran, weil das dort wirklich einigermaßen funktioniert, da haben Sie die Merkmale, jeder Junggeselle ist notwendigerweise unverheiratet, sonst wäre es nicht, ist notwendigerweise nicht verwitwet, sonst wäre er eben Witwer, ist notwendigerweise volljährig, das heißt heiratsfähig und dann können Sie sagen, jemand, der alle diese drei Merkmale erfüllt, das ist hinreichend dafür, um ihn als Junggesellen zu bestimmen. Das bedeutet, ist es notwendig und hinreichend und das muss in einer richtigen Definition drin sein. Alles, was weniger ist, ist nicht wirklich eine Definition und mit diesem hier würden Sie sozusagen den Traum der Abgrenzung von Begriffen und der Fixierung von Begriffen und der Bestimmung von Begriffen natürlich vollständig erfüllen, weil Sie dann eben sagen, also jetzt sagt der, jetzt nehmen wir eine Dame aus Nordkorea, die sagt, also wir leben auch in der Demokratie und dann sagen Sie, das sind die fünf Merkmale der Demokratie, jedes Einzelne ist notwendig, miteinander sind sie hinreichend und dann schauen Sie bei Merkmal 3 zum Beispiel, ah, dass der Oberste im Staat, dass der gewählt wird und abgewählt werden kann, das sei ein Merkmal der Demokratie zum Beispiel, sagen Sie, so und euer Boss hier, der kann gar nicht abgewählt werden, der stirbt oder wird ermordet oder tritt zurück, aber es gibt nichts anderes. So, also, das ist die Idee, der Traum der analytischen Definition, der hier bei Junggeselle wunderbar funktioniert und Sie sehen jetzt, dass analytische Definitionen, wenn es sie gibt, wenn sie funktionieren, eine Klärungsfunktion bezüglich eines bestehenden Sprachgebrauchs haben. also Sie haben es schon und sind es daran gewöhnt, Sie wissen irgendwie, was ein Junggeselle ist, haben sich aber noch nie überlegt, welche Eigenschaften wirklich da dabei sein müssen, also was sind die notwendigen Eigenschaften eines Junggesellen und welche miteinander sind dann hinreichend, sodass Sie die Junggesellen von den Witwern, von den Unmündigen und von den Verheirateten abgrenzen können und dazu brauchen Sie einen Satz von Kriterien und das sind eben diese Merkmale, von denen jedes Einzelne notwendig ist und miteinander reichen Sie dann aus, um genau zu charakterisieren, was Junggesellen sind. Das ist die Idee. Also dann haben Sie eine Klärung und dann können Sie mit so einem so definierten Begriff dann weiterfahren. Die Grundidee übrigens bei Leibniz, nach dessen Geburtsdatum und Sterbedatum ist sie heute mal ausnahmsweise nicht Frage, damit Sie nicht in die Klausur dann zu sehr Stress kommen, wo diese Frage auftauchen könnte, wann hat Leibniz gelebt, wann hat er gestorben, in welcher Stadt hat er gelebt. Also zurück zum Thema. Jetzt habe ich verloren, was ich sagen wollte. Ja, bei Leibniz, diese Charakteristika, dann gibt es ja diese Sache, dass Leibniz eine Charakteristika, eine Universalsprache erfinden wollte. Die Charakteristika universalis sind, die dann sämtliche philosophische Fragen unter anderem übersetzt werden können oder artikuliert werden können. Und Leibniz hatte so eben die Vorstellung, dass man alle Begriffe analysiert und man dann auf irgendwelche Grundmerkmale kommt, die ihre dann keine Definition brauchen und diese Charakteristika universalis kann dann sozusagen bottom up von unten nach oben aufgebaut werden, indem sie aus diesem Merkmalskatalog dann durch Kombination alle Begriffe zusammensetzen, die sie haben wollen. Das ist im Wesentlichen das, wie sie es auch machen müssen, wenn sie solches Zeug in Expertensysteme reinsetzen wollen, jedenfalls im Wesentlichen. Das ist zunächst mal die einfachste Weise, wie sie sowas auch wirklich auf Computer setzen können, damit sie wirklich maschinell mit Wissensbeständen umgehen können. Ich irre nicht, ich sehe den Fachmann dazu an. Also, solche analytischen Definitionen sind nicht wirklich wahr oder falsch. Also wenn jetzt bei Junggeselle was fehlt, also nicht wirklich wahr oder falsch, sondern man kann sagen, sie sind dann sprachlich angemessen oder unangemessen. Also man sagt, das ist einfach keine angemessene, so reden wir nicht wirklich, es ist dem Sprachgebrauch nicht wirklich angemessen. Also, man mag manchmal sagen, sie seien wahr oder falsch, also es ist jedenfalls eine andere Polarität, jedenfalls wie die bei den synthetischen Definitionen, die einfach praktisch sind, sondern hier muss schon irgendwas stimmen. Also sie müssen dann schon den Begriff irgendwie wirklich einfangen, mit dem sie es zu tun haben. So, und jetzt gibt es Probleme. Mit diesen Definitionen, mit diesen analytischen, an denen sind wir interessiert, ich habe Ihnen die Stipulativen nur gebracht, damit Sie als Kontrast zu den analytischen wissen, wovon die Rede ist. Es gibt jetzt eben zunächst mal ein Problem von analytischen Definitionen, die Frage, die man stellen kann, lassen sich für alle einigermaßen klare Begriffe Definitionen angeben. Also, stimmt diese Vorüberzeugung, die man hat, wenn man nach Definitionen ruft, nämlich die Vorüberzeugung, nochmal, das ist eine massive These, die mit einer Begründung bedarf, die könnte nämlich falsch sein. Ist es wirklich so, dass Bedeutungen von Begriffen etwas sind, was seiner Natur nach in Definitionen fassbar ist, also als ein Satz von notwendigen Bedingungen, die miteinander, notwendigen Kriterien, die miteinander hinreichend sind. Also, lassen sich für alle einigermaßen klaren Begriffe, Definitionen abgehen. Und dort gibt es jetzt eine Gegenthese seit Mitte des letzten Jahrhunderts, die sehr viel Wirkung entfaltet hat, Ludwig Wittgenstein, der den Begriff des Spiels analysiert hat und das möchte ich Ihnen kurz vorführen und er fragt jetzt danach, gibt es eine Definition von dem, was ein Spiel ist und das bedeutet, gibt es Merkmale, die allen Spielen notwendig und miteinander nur den Spielen zukommen, die zusammen also hinreichend sind. Einfach die Frage nach der Definition. Sehr interessant übrigens, wenn Sie das im Englischen lesen, dann ist das die Frage nach Game und Game deckt sich nicht mit dem deutschen Spiel, denn im Englischen gibt es Game und Play, was man sozusagen mal auf den ersten Blick übersetzen würde mit Spiel und das deckt sich aber nicht. Game und Play deckt sich nicht. Es gibt die Olympic Games, das sind dann Spiele, aber es gibt eben Theaterfestspiele und die würden im Englischen niemals Games heißen, sondern das ist Play. Also, auch dort sieht man wieder, das ist also ekelhaft, ich habe mal einen Aufsatz über diese Dinge geschrieben und wenn man den auf Englisch oder Deutsch muss man einfach ganz andere Sachen sagen. Das ist wirklich erstaunlich, weil eben Spiel und Game sich nicht decken. So, also die Antwort von Wittgenstein ist einfach, nein, das ist nicht so und Wittgenstein widerspricht sozusagen dieser zweieinhalbtausendjährigen Tradition, dass Bedeutungen sozusagen ihrer Natur nach etwas sind, was man in expliziten Definitionen angeben kann, sondern Bedeutungen sind ihrer Natur nach was anderes und entsprechend so Wittgensteins These, das Argument kommt gleich, entsprechend gibt es nach Wittgenstein keine Definition von Spiel im Sinne jetzt einer analytischen Definition, obwohl der Begriff eigentlich klar erscheint. Wir haben eigentlich wenig Schwierigkeiten mit der Anwendung des Begriffes Spiel, das ist ein Spiel, also es gibt manchmal Spiele, die dann ernst werden und ähnliche Dinge, aber eigentlich haben wir keine großen Schwierigkeiten mit dem Begriff des Spiels. Also, wie Wittgensteins positive Antwort aussieht, kommt hier in Abschnitt vier dann. Zunächst mal jetzt einige Probleme, also Entschuldigung, Problem eins, also Wittgenstein sagt im Wesentlichen das Argument ist, Wittgenstein geht Beispiele durch und sagt, du findest einfach keine wirklich durchgängigen Merkmale von Spielen. Also solche, die irgendwie, sondern die Spiele sind alle verschieden, ich komme noch darauf zu sprechen, das werden wir dann sehen, wenn wir seine positive Antwort ansehen. Das ist das Erste. Also Wittgenstein bestreitet das, das ist wirklich von allen Begriffen, die klar sind, dass es dann wirklich Definitionen gibt. So, und jetzt kommt ein zweites Problem, wir können das mal auf sich beruhen lassen und sagen mal, dann nehmen wir mal an, es ist jetzt, der Wittgenstein ist nicht so schlimm, sondern nehmen wir mal an, wir hätten eine Reihe von Merkmalen eines Begriffes gefunden, also notwendige Bedingungen. Also stellen wir uns vor, Sie überlegen, was ist eine Ente und dann wollen Sie definieren, was eine Ente ist und zwar jetzt nicht sozusagen wie die Biologen das machen, indem sie Gattung angeben, sondern einfach so, wie wir das lernen würden, da sagen Sie, aha, da gibt es eine Schnabelform und eine Halslänge und eine bestimmte Fußform und eine Federnart und eine Laufweise und eine Schwimmweise und Körperproportionen und alle möglichen Dinge, die Sie bei Enten finden. Wenn Sie also jetzt ein Computerprogramm bauen würden, um Enten zu identifizieren, gehen also in Zone, dann soll das machen, dann müssen Sie einfach so ein paar Parameter eingeben und es müssen einfach hinreichend viele sein, dass Sie dann sagen können, dass dann die Entscheidung läuft, wenn die durchgegangen sind, genügend Parameter, es ist eine Ente. Also, dann gibt es also eine ganze Menge solcher Sachen und jetzt die Frage und das ist einfach die unangenehme Frage ist, welche dieser Merkmale gehören jetzt dem Begriff Ente, Kraftdefinition an und welche sind bloß empirisch herausgefundene Eigenschaften von Enten. Das müssten Sie nämlich sagen können, wenn Sie eine Definition wirklich in dem klassischen Sinne, nämlich die Liste von notwendigen Eigenschaften, die miteinander hinreichend sind. Wir haben hier aber mehr Eigenschaften, die alle notwendig sind für Enten und Sie müssen eine Entscheidung treffen, wenn Sie wirklich eine Definition wollen, müssen Sie eine Entscheidung treffen, welche sind die Merkmale, die der Ente Kraftdefinition zukommen. Und die Frage ist, wie sollen Sie das entscheiden? Wir lernen immer mehr über Enten. Ja, also vor 100 Jahren haben wir noch nichts gewusst über die DNA von Enten. Heute können wir womöglich Enten auch über DNA charakterisieren und über alle möglichen Sachen, über Spezifika des Stoffwechsels. Man lernt immer, immer, immer mehr dazu und die Frage ist, welche Merkmale gehören, Kraftdefinition zum Begriff Ente. Und das müsste klar sein, wenn ein Begriff etwas ist, was man mit einer Definition explizieren kann. Ja, und das ist einfach das Problem. Also ein anderes Beispiel ist hier Mensch. Sie können den Menschen definieren, also die deutsche Redeweise, als Übersetzung von Aristoteles, so on logon echon, das Lebewesen, das den Logos hat, viel, viel besser, von der Psychoanalytikerin mitschelig gesagt, der Mensch ist das Tier, das denken kann. Das ist unglaublich viel besser, das Tier, das denken kann. Damit ist wirklich das gesagt, was hier zu sagen ist. Also das ist die eine Möglichkeit, die klassische Bestimmung des Menschen. Es gibt aber auch ein Kriterium, es ist ein Tier mit Ohrläppchen. Es scheint unter den Tieren nur eine einzige Tiersorte zu geben, die Ohrläppchen haben. Also können Sie sagen, die Definition des Menschen ist, es ist das Tier mit Ohrläppchen. Oder er sei ein ungefiederter Zweibeiner. Auch diese Definition ist vorgeschlagen worden, in der platonischen Akademie übrigens, die von einer Mauer umgeben war und dann waren Skeptiker und Scherzkekse, die haben daraufhin ein gerupftes Huhn über die Mauer der Akademie geworfen, das dann zwischen den Philosophen rumgelaufen ist und das war ein ungefiederter Zweibeiner. So, jetzt sehen Sie hier, wenn jetzt Sie sagen, ja, was ist jetzt die Definition des Menschen? Wenn Sie glauben, dass Mensch ein Begriff ist, der, weil er ein Begriff ist mit einer bestimmten Bedeutung, dem nach einer Definition fähig ist, müssen Sie mindestens zwischen diesen drei eine Entscheidung fällen. Was ist jetzt denn die Definition? Also ist das Ohrläppchen haben oder den Logos haben oder das Ungefiedertsein oder das Zweibeinersein? Ja, was ist es denn? Ja, und wenn Sie fragen, wie kann ich die Entscheidung denn treffen? Welche Ressourcen habe ich da zur Verfügung? Welche Merkmale gehören zur Definition von Mensch? Wie können Sie das entscheiden? Ja, Sie können gar nicht, ja, wenn Sie im Lexikon nachschauen, hat jemand anders für Sie entschieden, er hat aber auch keine Argumente gehabt. Sondern das ist einfach etwas, was Sie nachschauen können, empirisch ist es sogar so, dass verschiedene Sprachbenutzer unterschiedliche Merkmale zur Identifikation von Beispielsfällen eines Begriffs benutzen können. Ich gebe Ihnen gleich ein extremes Beispiel. Also verschiedene Leute haben verschiedene Kriterien im Kopf, wenn es nur um die einfache Sache geht, nicht eine Definition zu geben, sondern nur zu identifizieren, ist das ein Objekt der Sorte A oder B. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, es ist nur der Unterschied von Männern und Frauen. Da haben wir sehr viele verschiedene Weisen, wie wir Männer und Frauen unterscheiden können. Es gibt diesen Witz, dass Klein-Hänschen im Museum steht und ein Bild ist von Adam und Eva. Und Adam und Eva sind auf diesen Bildern ja meistens nackt. Typischerweise sind dann Evas Haare so, dass es nicht anstößig ist. Auf Obszönität komme ich gleich noch zu sprechen nachher. Also, und Hänschen steht vor dem Bild und wird gefragt, du sag mal, was ist denn hier Adam und was ist Eva, sagt Hänschen. Weiß ich nicht, die haben ja keine Kleider an. Ja, weil eben Hänschen bisher Männer und Frauen nur an den Kleidern. Also Sie sehen, das ist auch ein alter Witz, heute natürlich auch ein bisschen anders. aber vor 50 Jahren ist der wahrscheinlich noch gegangen. Also, dass Sie an den Kleidern haben wirklich unterscheiden können, was Männer und Frauen sind. Also, und Sie merken das nicht, das Händchen mag durchaus in der Lage sein, in allen Normalsituationen Männer und Frauen unterscheiden zu können, aber es macht es aufgrund von Kriterien, die andere sind, als die meisten jetzt von uns wahrscheinlich, die Kriterien, die wir verwenden. Also, was heißt die meisten von uns? Ich habe keine Ahnung, es ist eine empirische Frage, welche Kriterien man verwendet. Also, der Witz der Sache ist der, sobald man jetzt empirisch hinschaut und sieht, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Kriterien verwenden für die Identifikation, dass dann die Entscheidung, ja, welche sind denn jetzt definitorisch von den Kriterien, also irgendwie vollkommen unbeantwortbar wird. Es gibt eine Menge Kriterien für viele praktische Zwecke. Ich hatte mit dem Kollegen im Neujahrsempfang darüber gesprochen, wenn Sie ein Computerprogramm bauen, dass er einfach in der Lage sein muss, irgendwelche Objekte zu identifizieren, dann nehmen Sie einfach eine lange Liste und machen die Liste und müssen die Frage, ob die definitorisch sind oder empirisch überhaupt nicht beantworten, sondern dass für die praktischen Zwecke der Identifikation reicht das. Aber sobald Sie jetzt in die Philosophie reingehen und behaupten, Bedeutungen seien etwas, was in Definitionen fassbar ist, dann müssen Sie sagen, wie Sie die als bloß empirisch angesehenen Merkmale eines Objektes von den definitorischen unterscheiden können. Und das ist etwas, wo man, also mir ist jedenfalls so geht, da kann man nur mit den Schultern zucken, wie das gehen soll, nach welchen Kriterien das funktionieren soll. Und das ist das zweite Problem dieser analytischen Definitionen. So, also, Definitionen sind viel problematischer, als man im ersten Moment glaubt. Ja, jetzt habe ich schon eine Obszönität, das möchte ich jetzt dann doch noch bringen. Also, der zweite Punkt jetzt vor der Pause ist die sogenannte, das nenne ich jetzt Definitionsverweigerung. Es gibt also die Situation, dass jemand sagt, also Definition habe ich keine, ich weigere mich. Und das kann man eventuell machen, wenn man Schwierigkeiten hat, eine Definition zu finden und man würde eine benötigen und dann sagt man, ich weigere mich, eine Definition zu finden und mache das Folgendes und es gibt einen realen Fall, das ist der Begriff der Obszönität im Rechtsbereich. Also, wir brauchen Dinge, wenn Sie im Recht was haben, also, dass irgendwelche obszönen Darstellungen, pornografische Darstellungen verboten sind, dann müssen Sie natürlich als Jurist, müssen Sie eine Kriterienliste haben und sagen, so, hier, da kann ich beurteilen, das ist jetzt obszön und das ist nicht obszön und dort gibt es eben die denkwürdige Antwort von Potter Stewart, ein Richter am obersten Gerichtshof der USA, der Folgendes sagte, ich kann nicht sagen, was Obszönität ist, das heißt, ich habe keine Definition, aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. So, und das ist für viele praktische Zwecke, es geht für vielen von Ihnen auch so, denke ich, dass man eine pornografische Darstellung von irgendeiner künstlerischen Darstellung eventuell unterscheiden kann. Es ist halt nur unbefriedigend insofern, Sie können dieses Urteil nicht kontrollieren, sondern Sie können dann nur sagen, ja, sehe ich auch so oder sehe ich nicht so, aber Argumente gibt es natürlich nicht. Wenn der Potter sagt, also, das hier ist wirklich obszön, also, wenn Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Übergangsbeispiel nehme, wenn Sie zum Beispiel Nacktaufnahmen im Playboy anschauen, wenn Sie sagen, die seien obszön, die sind ja sowas von unendlich steril, dass also mir jedenfalls der Gedanke der Obszönität nicht in den Sinn käme, aber vielleicht anderen schon, ich weiß es nicht. Also, die Frage ist, ist das obszön oder ist es nicht obszön? Schwer zu sagen. Also, und Sie bekommen weiterhin natürlich nicht, was man eigentlich gerne hätte, eine Einsicht, was Obszönität von anderen zum Beispiel akzeptierten Formen der Nacktheit und Ähnlichem unterscheidet. Also, es gibt ja künstlerische Darstellungen, immer schöner, wenn Sie die Hochqualitätszeitungen anschauen, also, weiss nicht, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Süddeutsche oder Neue Zürcher Zeitung, da finden Sie immer wieder vorwiegend von Frauen dann Darstellungen von nackten Frauen und die sind aber in Ordnung, die sind dann künstlerisch. Ja, ist genau dasselbe drauf, aber es ist künstlerisch. Ja, und irgendwie geht das und da werden andere Sachen einfach nicht gehen. Die sind obszön und eigentlich kann man ja sagen, es wäre interessant zu verstehen, was da eigentlich los ist, warum das so ist. Ist es bloß Gewöhnung oder was ist denn da eigentlich los? Wieso ist das eine künstlerisch und das andere nicht? Nackter Busen ist nackter Busen. Also, also, wie gesagt, hier hat der Richter eben gesagt, ja, wenn ich es vor mir habe, kann ich es entscheiden und das ist eine Art der Definitionsverweigerung, ist natürlich eine Art der Verzweiflung, wo man als Philosoph sagt, ja, das reicht mir eigentlich nicht. So, damit schicke ich Sie in die Pause. Haben Sie auch was miteinander zu reden? Vielen Dank.